Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen und kurzen Trailer, dem ich euch kurz das Chemnitz-Projekt vorstellen möchte. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt von mir, Baureihe 2002 und Züge in Leipzig. Insgesamt wird es hierzu mehrere Dokus und Videos geben. Unter anderem wird es eine Doku über den Chemnitzer Hauptbahnhof, die Straßenbahn Chemnitz und die Chemnitzbahn geben. Yeti haben das erst eine Doku über die Das Programm soll dabei folgendermaßen aussehen. Der Trailer ist heute am 1.9. Nächste Woche wird es dann mit der Doku über den Chemnitzer Hauptbahnhof sowie mit dem Musikvideo »Hutzer City Bahn« weitergehen. Diese erscheinen sowohl auf dem Kanal Züge Leipzig als auch auf dem Kanal Baureihe 2002. Am 15.9. gibt es dann eine Doku zum Allgemeinen über die Chemnitzbahn. Am 22.9. gibt es dann die Doku über die Straßenbahn Chemnitz, die bei mir erscheinen wird. Und auch werden dort die Linien C11 kurz und C13 und C14 genauer in einer Dokumentation verwirklicht. Zum Abschluss dieses Projektes wird es am 29.9. eine Dokumentation über die Chemnitzbahnlinie 15 geben. Ich hoffe, ihr werdet zahlreich bei diesen Dokums reinschalten. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur Dokumentation über die Naumburger Straßenbahn wieder. Bis dahin, macht's gut. Und hoffentlich auch wieder zur Dokumentation über die Straßenbahn Chemnitz. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dahin, auf Wiedersehen.